Macht sich nicht viel aus der Quest. Das stimmt. Und Vorsicht Koja, am Anfang der Indie kann man auch noch Quests abgeben. Ich habe irgendeinen Krallguano nicht eingesammelt. Hast du den? Ist der Semphora? Das muss bei den Fledermas sein. Ja, das wird auch von der Fledermas eingesammelt. Von der ersten, die wir erledigt haben. Habs. Nice. Tschüss. 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 Hast du das geschafft? Nice. Es gibt keine neuen Talente. Hast du keine neuen Teile gekriegt? Talente. Hast du eine kleine Teile? Ja. Ja. So. Dann. Amen, Mama. Zum Trolllager hier. Natürlich kein Lager, sondern ein Tempel. Wow. Jetzt regnet es fast nicht. Ich meine, es wird jemals wieder besser. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er geht die WoW unter. Und ja, wir nehmen immer die Abenteuerlisten. Oh, ich kann mal rum. Bei mir sieht es doch jetzt auch nicht besser aus. Das ist herrlich grün hier, unglaublich. Boote, die sind bei dir auch bald. Die sind düsterweise. Komm raus. Das ist gefährlich. Moment, ich höre wie ein QBD am Schlauen. Wir gehen vielleicht doch hier außen rum. Dann kommen wir vom Strand ab. Ich glaube, da haben wir uns jetzt verfahren. Ich glaube, da kommen wir durch. Ne, warte mal. Na, vielleicht doch. Wir müssen hier aber gleich rüber. Das letzten haben wir nur nach Westfalen. Das könnte ich jetzt echt gar nicht machen. Wir sehen, ob die Gilde endlich eine Stunde geschafft hat. Einmal noch nicht. Alle werden hier für macht. Aber keiner sammelt Erfahrungen für die Gilde. Ach, hast du eine Noob-Gilde. Habe ich dir auch von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, ne. Und du so, ach komm, wir versuchen sie mal. Das kann sein. Aber als ich dann drin war, da habe ich dir vorgesehen, dass es eine Noob-Gilde ist. Ja. Und ich habe gesagt, komm, wir versuchen sie mal. Genau. Ach, shit. Nicht sterben. Nein. Doch, nein, nein. Oh Gott. Mein Gott. Erst war ich nur traurig, dass du es nicht auf den Weltversprung geschafft hast. Da bin ich gestorben. Kausha, wieder belebst du mich? Belebst du mich wieder, wo du vorhin? Ja, wieder belebst du mich. Sprache verkommt immer weiter. Ich kann nicht sterben, Kausha. Ich habe den Whisky wieder aufgeschlagen. Unter der Wasseroberfeld. Oh, danke. Oh, ich bin am Land. Oh. Nice. Ich kann es gleich nochmal versuchen. Oh. Gibt es eigentlich nicht mehr viel zu vollkommen. Ne. Wie konnte ich denn hier noch? Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Das Wind ist hier so gewollt, oder? Ist vielleicht auch. Jemals hat mein Blut Sprit in der Essen. Oh, das ist toll. Das ist toll. Ich geh nochmal rein. Oh, hier geht's schon weiter. Oh. 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 Oh, oh. Okay. Und das ist wie wir es machen. Sieppieasy! Einiges Mal, wenn man sich denkt, Grinden ist zu ineffizient, denn nur weil man zu langsam tötet. Exakt. Hier sind viele Späler, das ist cool. Hier sind viele Späler. Hier sind viele Späler. Hier sind viele Späler. Hier sind viele Späler. Ich bin nur an einer Fackel hängen geblieben. Hier sind viele Späler. Hier sind viele Späler. Hier sind viele Späler. Hier sind wir noch nach dem Altar. Dafür ist er da. Ah ja! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.